Ja, und wir gratulieren ihm für Weltklassik, Chancelabe-Enderungsreaktion bei Wetterwetten.de 2021. Harry, Gratulation. Vielen Dank. Eindruck und Leistung, die ihr gerade gezeigt habt. Vor allen Dingen hatte ich den Eindruck, du wolltest am Ende nur noch ein bisschen Gas rausnehmen, weil du dir sehr sicher warst. Ja, er war sicher voraus. Er hat eine schnelle Antwort gehabt in den Raden, wir sind langsam gegangen. Um die erste Ecke war er ein bisschen heiß, aber gegenüber hat er schön Luft geholt, konnte immer ein bisschen aufbauen. Ja, du brauchst nur einmal die Zügel nehmen und er geht davon. Also für ein Pferd, was zum zweiten Mal am Start kommt, war das schon beeindruckend. Und das sagt einer, der den Weg erreicht hat, weil er natürlich Woche für Woche sehr, sehr gute Pferde hat. Lili, am Ende ist es nicht jetzt auch so richtig, Lili, sag mal ganz kurz deine Emotionen. Unbeschreiblich. Da sind ein paar Freunden-Trainer auch mit dabei. Ihr dürft zum Absattelring. Unsere Champions 2021 in diesem Bavarian Classic. Herzlichen Glückwunsch und auf die Trainerstimme bin ich ja frühzeitig da. Heute schon an diesem Renntag, sehr früh am Morgen. Und es hat sich bezahlt gemacht. Der Applaus brandet auf. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Treffer auf dritthöchster Kategorie. Herzlichen Glückwunsch.